Wer irgendwann genug von Partyspielen und Nintendo-Klassikern im Neuaufguss auf der Wii U hat, der kann als Alternative mit Zombie U einen ordentlichen Horrortrip durch London starten. Und der kommt nicht spaßig daher, sondern absolut ernst und nicht gerade einfach. Wir beginnen als absoluter Normalo, der von der U-Bahn aus versucht, den Hintergrund einer plötzlich ausgebrochenen Zombiesäuche aufzudecken. Dabei müssen wir vorsichtig vorgehen, denn die Untoten haben schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad leicht die Oberhand. Anfängerwaffen wie Cricket-Schläger und leichte Pistole machen ihnen erstaunlich wenig aus und wenn wir beim Kampfkrach machen, kommen gerne direkt noch mehr schlurfende Kollegen um die Ecke. Im Überlebensmodus segnen wir dann sofort das Zeitliche, wenn uns ein Untoter auch nur eben erwischt hat. Wann immer wir sterben, und das kann durchaus öfter sein, starten wir erneut ohne Waffen. Schaffen wir es zurück zu unserer Leiche, können wir allen Kram wieder an uns nehmen. Sterben wir vorher noch einmal, sind all die mühselig gesammelten Waffen, Hilfsmittel und alle Munition verloren. Immerhin gibt es einen leichten Rollenspielfortschritt, durch Nutzen bestimmter Waffen können wir sie verbessern und neue Fähigkeiten freischalten. Da man jedoch ohnehin nur möglichst selten zur Schusswaffe greift, sind diese Punkte und das System meist eher für die Katz. Eine nette Idee, aber nicht konsequent genug umgesetzt. So arbeiten wir uns langsam, aber sicher durch 12 Level. Die geben uns ein angenehm freies Gefühl, weil es auch abseits des direkten Weges viele Extras und versteckte Räume zu finden gibt und verschiedenste günstige Positionen, um die Zombies auszuschalten. Die Story allerdings reißt uns dabei nicht gerade vom Hocker. Die Erzählung plätschert ohne Höhepunkte von Level zu Level auf die Aufklärung der Zombie-Plage zu. Die Stärke ist dafür die Stimmung, die bei jedem einzelnen Schritt durch das von Untoten überlaufende London aufkommt. Jedes leise schlurfen, jeder Atmer trägt zur dichten Atmosphäre bei und mit größter Beklemmung schleichen wir uns um Ecken, während das Adrenalin ständig steigt. Auch der Wii U-Controller ist größtenteils sehr sinnig und unterhaltsam eingebunden. Mit ihm können wir die Gegend nach Zombies abscannen, uns in Sicherheitssysteme hacken oder Erste Hilfe anwenden. Einige Menü-Spiele wie das Öffnen von Türen und anderen Zugängen stellen allerdings reines Herumtippen auf dem Touchscreen dar, so als hätten die Entwickler hier auf einmal keine Ideen mehr gehabt. Grafisch geht es sicher besser auf der Wii U. Viele Oberflächen in Zombie-U haben lieblose und verwaschene Texturen bekommen und einige Level wirken dann doch arg leer und detailarm. Das macht das Spiel aber durch einige hübsche Lichteffekte und über die sehr starke Soundkulisse wieder wett. Einen Koop-Modus bietet das Spiel zwar nicht, aber wir können anderen Überlebenden kleine Nachrichten hinterlassen, in denen wir vor besonderen Feinden warnen oder auf Verstecke hinweisen können. Und im lokalen Multiplayer können Spieler mit normalen Controllern gegen eine Zombie-Armee antreten, die derjenige mit dem Tablet auf einer Karte verteilt und steuert. Dieser Modus kommt ausgesprochen kurzweilig daher. Insgesamt zeigt Zombie-U, dass die Wii U alles andere als eine Kiddy-Konsole ist und bringt auch einige sehr gute Beispiele für sinnigen Einsatz des Tablets. Die Spielspaß-Gesamtwertung der N-Sound für den Einzelspieler-Modus liegt bei 84, für die sehr begrenzten Online-Möglichkeiten nur bei 70%. Damit ich ihn hacken und die Kameras wieder aktivieren kann. Hey, hey, sicher, dass du für die blutgierige Meute bereit bist? Es geht um dein Leben. Ich habe euch auf den Augen gelegt, weil du für die blutgierige Meute reingewerden kannst. Ich habe euch auf die Böden, dass du für die Beispiele und die Atmosphäre das ja in dieserальных Sekunden zu移 at, das du für die Böden, dass du für die Böden bis zu einem sehr gutverhältigend bist. Ich habe euch jetzt noch nicht in meinem Training.